Willkommen zurück bei The Division mit dem Nightbob Prolatus. Ja, ja. So, gehen wir mal ins Russisch-Konsulat und suchen mal den Vitali. Ich glaube, der heißt mit Vornamen so. So, Story-Mission, Konsulat, ne? Hier kommen Schrotflitten, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich gerade gewundert, warum die Typen nicht Lieder sind. Wäre aber in unserem Fall nicht so gut. Mann, die stehen da alle auf einem Haufen neben uns. Kommt mal, Warnabelle. Jetzt gehen wir hier hoch. Hinter. Noch eine. Oben ist noch einer. Noch eine Welle. Noch eine Welle, noch eine Welle. Ja. Eine Dauerwelle. Das ist aber schön dahin geschlittert. Na, vamos. Und da habe ich mal so einen Tanktyp. Was für ein Typ? So einen Tanktyp zum Schluss. Wir sind hier auf normal drin. Nee, ich glaube, der kommt erst mal dahinten. Oder er kommt jetzt noch. Ich weiß es nicht. Eigentlich kam hier mal einer immer. Zum Schild. Aber in unserem Fall jetzt nicht. Wohl nicht auf normal. Schwierigkeit. Im Challenge-Mode kommt hier immer noch so ein fetter Typ mit Schild. Genau. Oh. Oh. Da verschreckt sich mal, Alter. Ist da die Rübe rausgestreckt? So, hier kommen aber noch welche, das weiß ich. Oh, Schrofflinde, Schrofflinde. Muni hat er nicht mehr. Hat er nicht mehr, Muni. Komm, hier kriegst du Granate. Hast du wieder Muni. Das ist so ein Blut, das ist der. Okay, da kommen noch mehr. Vergessen. Augen zu. Ich dachte, der will die Granate schmeißen, aber... Ist das der Sniper, der da hinten immer feststeckt oder was? Ich glaube, da hinten steht immer ein Sniper um die Ecke. Der ist immer zu blöd, um die Ecke zu laufen. Hm, nö. Ist auch nicht mehr da. Na gut. Ist das ein Muni? Willst du keine Muni? Okay. Ab nach. Ich weiß leider auch nicht genau, wonach sie suchen müssen, Agent. Aber Cernenko wird trotz allem irgendwie gearbeitet haben. Also, Notizen, Tagebücher, alles in der Art. Ab ins Serverraum. Nehmen Sie die Augen offen, okay? Ach, hier oben ist auch noch eine Kiste. Ich gehe mal da hoch. Habe ich einen Überblick. Aha, da oben kämpft er schon. Pfff. Ja. Donnei, boah. Oh, komm ran. Aua. Tja, das ist aus dem Maul, hä? Dann schießt er doch auf dich. Ich sehe gar nichts. Ach, da unten war eine Schrotflin. Ich muss sie an. Da wollen die Treppe hochkommen. Ich habe ihn gehindert. Naja. Mit meinem Sniper-Anschatz. Was? Am Arsch, den habe ich umgedetelt. Genau. Jetzt wollen wir schon wieder die Typenstreitig machen. Den habe ich ein halbes Magazin reingeballert. Ja, ich muss doch mal treffen. Ey, ich treffe immer. Ja. Ich bin schneller als mein Schatten. Achso, wir müssen ja auf den Computer drücken. Waaah. Lass mich zurück. Lass mich zurück. Pfff. Komm, Tür. Ich glaube nicht. Das sind gemäppte RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unhängen von Schanenkos Genom-Daten. Agent, ich brauche diese Daten, und zwar alle. Warnung. Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne. Warnung. Netzwerkprivilegien entzogen. Was ist los? Agent, die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was ist auch wahr, es wurde schlicht. Oh, da ist ein Gelbe bei. Tschüss, Alter. Waaah. Das heißt, irgendjemand in der Nähe nutzt diese Technik. Das macht ihn zu unserem neuen Ziel. Holen Sie diese Technologie zurück. Und Schanenkos starten gleich mit. Mit allen verfügbaren Mitteln. Ah. Das geht gut. Das geht gut. Was leckt denn jetzt? Hast du auch zu lenken? Röses Spiel. Auaah. Oh. Wenn der Kackbogen wieder Bumse macht. Komm gleich. Ja, ja. Nein. Bist du letztendlich, meine Arschlöcher. Klettert einfach wieder runter, ne? Der wollte dich nicht gesund machen. Hast du gemerkt? So. Hat dich wohl die Schrotflinte erwischt, wa? So. Tür auf. Muni. Drück mal auf den Knabbel, doch. Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Was ist das aber jetzt? Schnell analysiert. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Na. Das ist ein ganz schlaues Kerl. Ich bin geöffnet. Einmal drauf geguckt. Analysiert. Komm wieder Schrotflinten, wenn ich mich nicht höre. Hattet ihr aber schon wohl auch fast umgeblasen, Junge. Na und? Lebe noch. Ich lebe noch. Das ist irgendwie lange. Ei, ei, ei. Schrotflinte, Junge. Schrot. Das war keine Schrot. Was denn sonst? Den hab ich ja hier gerade umgelegt. Da kommt noch eine, siehste? Ne, das war keine. Also die zweite eben war keine. Die erste hab ich bei sie jetzt ja nicht. Hab ich nicht so genau gekostet. Jetzt kommt der da. Der da. So. Was? Kommst du raus? Nö. Oder nicht? Wie kriegt er das? Und das? Ich mach die Blende! So. So schön. Wollen da noch welche? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube, es hat sich. Empfange LMB-Funkspruch. Coyote One, hier Hornet, kommen. Hornet, hier Coyote One, ich höre. Der Alarm am Hauptrechner wurde ausgelöst. Ich bin unterwegs. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum, aber er hält nicht mehr lange durch. Die JTF ist auch hier, aber die ist kein Problem. Das ist nicht die JTF, ich bin unterwegs. Hornet, Ende. Bei Ivan. Mann. Hier kommt auf jeden Fall zum Schluss der Schildflug. Der kommt hier, glaube ich, auf. Und Schrodenflinden. Schrodi. Habe ich eine? Und noch eine? Oh, komme ich auch. Noch eine? Oh. So, einer muss noch irgendwo rumpeiern. Oh, der Schild, Mann. Ah. Einer muss irgendwie hinter ihn kommen. Wie immer. Lenken wir ab. Okay. Hier bin ich. Arschloch. Oh, er will nicht abgelenkt werden. Von der anderen Seite kommen. Ich glaube, er schießt noch auf mich. Ja. Er ist noch in meiner Richtung. Oh, er ist noch in meiner Richtung. Wow. Jetzt. Hast du drauf? Nee, jetzt war der Kämpfer gerade. Oh, die Stunnen. Oh, was blaues Ach, ne Knarre Komm mal net Komm mal zum Ivan unten, hä? Wo bist du denn bei der Rona gehübt? Hä, das Können Sie es einrichten, dass er mich hört? Vitaly, hier ist Dr. Jessica Candle aus New York Wir haben uns in Innsbruck getroffen Ich kenne Sie und Sie kennen meine Arbeit Dr. Candle, haben Sie meine Daten? Sind Sie in Sicherheit? Vitaly, wir sind hier, um Ihnen zu helfen Können Sie die Tür öffnen? Okay Okay Mal schnell hacken hier Zugriff auf Sicherheitssystem Zugriff erfolgt Auf wie? Im Geheimgang Empfange LMB-Funkspruch Ihr Hornet, Boss Ich habe Tschernienko und seine Daten vom Server gezogen Bevor die JTF drauf zugreifen konnte Wir sind startklar Gut Was ist mit unseren Freunden? Sind in der Nähe Gefechtserlaubnis? Bewilligt Mal sehen, aus welchem Holz die zweite Welle ist Willst du wieder neibauen? Mal ein bisschen neibauen jetzt Ich habe noch eine Strootflinte Hab ich Okay Auf zum Auf zum Atem Äh Atom Mist, das ist doch meine Seite, wo du da immer stehst Shit Wo ist er denn? Da ist der Hornet Oh nee Kein Geschützer aufstellen Ich mag die Dinger nicht So The Boss Sind wir schon beim Boss Honest Nein Wo ist denn dieser Typ? Der wir als diese Besche- Au Der ist wo? Oh, da kommt der Hornet Scheiße Ne, ist egal, der Hornet Das ist Rotblinde Der wir als diese blöden Granaten schmeißen Ach, das ist der Hornet Der schmeißt da, ne? Der Hornet Komm doch mal da raus Ins Hirn, Junge Das ist das Das ist das Wie ist der Hornet Der Hornet Der Hornet Sofortige Hilfe Du Kack-Buhl Boah, zweimal aufheben Ey Ich mach jetzt mal meinen Link an Wollte ich sagen Mach doch mal ein bisschen Damage Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht Ich mach immer Damage Ich seh's Ich muss natürlich gedauert aufheben Weil ich von Damage mache Wo denn? Du versteckst dich ja nur hinter der Wand Ah ja, was machst du da? Tod auf der Erde liegen Jetzt hab ich mir jetzt seinen Geschützturm schon mal deaktiviert, ne? Oh, guck mal Oh So geht das, siehst du? Ja, genau Was denn? Oh Oh WebXP ja jetzt So gut auch nicht Die haben uns Chernenko vor der Nase weggeschnappt Ich habe seine Notizen Ihn brauche ich nicht Zumindest noch nicht Das Material ist wirklich ausgezeichnet Na, geht doch Mal gucken, was hab ich denn gekriegt? Für schöne Sachen Ich hab keine Ahnung Na ja, schöne Sachen Ist relativ So eine knarre Müll Das Ding können wir anziehen Ich glaub einen neuen Mod irgendwo Ja toll In grünen Was ist das? Mündungsbremse Stabilität Ein leichtes Maschinengewehr Das ist besser Hm, dann nehm ich das doch Hast du auch ne Maschinengun Eine Maske Die hab ich Viel mehr Lebenspunkte Und minimal weniger Schaden Die nehm ich mal Jetzt haben wir hier Ah, Leistungsmod Wir haben den Jackpot Agent Ich hab Aufnahmen von Bliss persönlich Irgendein Propaganda Zeug Der Kerl hört sich gerne reden Was für ein Arschloch Sehen Sie sich's an Oh, ich hab einen neuen Beweis Den guck ich jetzt mal an Und Go Wir wissen jetzt sicher Dass das Virus nicht gezüchtet wurde Sondern kodiert Er hat sich der Forschungen Seines Freundes Tschernenko Über die Veränderung von Virengenen Im virtuellen Raum bedient Und mit dem Ergebnis Einen industriellen Proteinreplikator gefüttert Heraus kam ein Virus Das er noch weiter verbessern konnte Um einen maximalen Effekt zu erzielen Und damit meine ich die Todesrate Okay So, wie's weitergeht Sehen wir Nächste Folge Bis dann